So, beim nächsten Streamer merken, glaube ich, mir hier mehr zu trinken stelle. So, fertig gefressen. So, spätrömische Dekadenz ist jetzt... Hör auf, sich zu drehen. 12708, das ist ordentlich, ja. Das ist ein bisschen stärker als 50 BMG. So, hier haben wir das gute Stück. Das ist ein überschweres Maschinengewehr. Das, ähm... Was war das nochmal? Ich muss mal gucken. Und zwar hat das so eine Art Trommel hier unter dem Gehäuse, genau. Das hier ist die Daschka. Die hat diese Trommel. In dieser Trommel befinden sich die Patronen. Die Patronen sind auf einem nicht zerlege Gurt. Der Gurt zerlegt sich nicht. Der kann wiederverwendet werden. Und die werden dann auf dieser Trommel von den Krallen, also von dem Gurt getrennt. Und, ähm, weiter nach unten transportiert. Diese Trommel dreht sich wegen dieses Arms. Genau, dieser Arm sitzt hier drin. Das ist... Genau, die hat zwei Spannhebel. Die hat einmal hier den Spannhebel hier unten. Und wenn der irgendwie nicht geht, oder man keinen Bock hat, oder man eine Daschka, also eine Daschka vor sich hat, die irgendwie anders im Fahrzeug eingebaut ist, dann kann man eine Patronenhülse nehmen und den Patronenboden hier reinstecken und das nach hinten ziehen. Ich meine, das hier ist die Steuerung für die Trommel. Weiter unten hat man sehr viel Verschluss. Das ist übrigens eine zuschießende Waffe. Und zwar der Verschluss ist in der hintersten Position. Und jedes Mal, wenn er schießt, rast er nach vorne. Dieser Verschluss, der krallt sich, meine ich, hier oben eine Patrone, welche durch die Trommel bereits vom Gurt getrennt wurde, führt die ins Patronenlager ein, verriegelt dann über irgendwas. Übrigens ist die Daschkanen-Gasdrucklader. Das Gasdrucksystem haben wir hier. Hier haben wir das Gasdrucksystem. Das Gasdrucksystem wirkt hier drauf. Und genau hier ist die Kralle, welche die Trommel dreht. Wie war denn nochmal die Verriegelung? War das irgendwie Stützkappe? Ich muss mal gucken. Ich muss mal ein Stück vom Verschluss ausblenden. Ich meine, es war Stützkappe. Ja, hier sind die Stützkappen. Das sind die Stützkappen, wenn ich mich nicht irre. Das ist der Lauf. Am Ende des Laufes haben wir noch einen Mündungsfeuerdämpfer mit so einem kleinen Feuerschild. Ja, Mündungsfeuerdämpfer kommt hin. Ich meine nicht, dass das ein Rückschlussverstärker ist. So, blenden wir den Lauf aus. Genau, hier ist die Gasentnahme. Hier ist eine Regulierung. Und zwar, wie die meisten schweren Maschinengewehre, kann man hier auch den Gasdruck regulieren. Ich meine sogar für verschiedene Feuergeschwindigkeiten. Damit je nachdem, als was man die Daschke einsetzt, kann man die Feuergeschwindigkeit hier wirklich regulieren. So, upsala. So, dann ist die Störung mal wieder ein bisschen abgefuckt. Dann muss ich mal gucken. Dameson, genau. Erst mal gucken, ob du nach deinem Urlaub auf den Kommentar zu gezogenen Läufen bei modernen MBTs bei Red Rising reagiert hast. Vielleicht habe ich den vergessen. MBTs? Da ist doch irgendwas mit so einer Niedrigdruckkanone. Oder verwechsel ich da schon wieder? MBTs sind doch die mit den Ketten. Martin Studer. Guten Abend, willkommen im Stream. Freut mich, dass du dabei bist. Wir sind dabei jetzt zu versuchen zu verstehen, wie die Daschka funktioniert. Ich habe das schon mal verstanden irgendwann. So, dann würde ich sagen, dann müssen wir noch mal vorher slow machen und feuern. Ja, das ist ein bisschen schnell. So, wieder zurück, Marsch, Marsch. Hier haben wir einen Schmetterlingsabzug. Das heißt, wenn wir diese Dinger hier reindrücken, das heißt, wir packen das mit beiden Händen. Also die Spatengriffe mit beiden Händen und drücken dann mit den Daumen hier drauf. Dann wird irgendwo im Inneren, so, irgendwo im Inneren, wird dann eine Abstützebene verlassen. Lass mich raten, das ist doch bestimmt, das bist doch garantiert du hier, oder? Ja, könnte sein. So, jetzt rast das Ganze nach vorne. Während der ganze Verschluss nach vorne rast, sieht das so aus, als wie ich gesagt habe. Dieser Knauf hier greift in diese Kralle ein und bringt diese Kralle hier oben dazu, hier mit diesem Gerät hier, mit dem Widerhaken drin, die Trommel zu drehen. So, auf Verschluss können wir uns gleich tun. Erstmal Trommel. Vielleicht ist das besser, wenn wir den Arm behalten. So, hier ist der Arm. Der Arm bewegt sich. Dabei schnappt dieses Ding hier, hier oben ein. So, jetzt kommt es hier vorne zum Schuss. Und erst bei der Rückkehr. Genau. Ach Mist, hier ist so eine Art Rückstoß mit simuliert. Jetzt kommt es zu so einer Art Rückstoß. Der ist aber für die Funktion nicht wichtig, soweit ich weiß. Das ist einfach nur auf der Rücklauflafette, sodass die Lafette so ein bisschen den Rückstoß der Waffe abmildert und nicht das ganze Ding beim Schießen hin und her springt. Das ist ein bisschen praktischer. So, jetzt kommt dieses Ding hier wieder zurück. Ich meine, genau, dieser Schraubeschlüssel, also diese Kralle hier, hier verlässt irgendwann. Also dieses Ding hier fährt irgendwann weiter nach vorne. Nennen wir es einfach mal alternativer Spanngriff. So, dann kommt der alternativer Spanngriff zurück, geht in die Kralle und dabei drückt jetzt dieser Widerhaken, der vorher über diese Trommel-Einlassungen drüber gesprungen ist, greift jetzt in die Trommel und dreht dabei die Trommel weiter. Dabei haben wir hier vorne so eine Art Trennblech und zwar sieht das so aus, dass dieses Trennblech hergeht und die Patronen werden unter das Trennblech gedrückt, allerdings der Patronengurt über das Trennblech. Dabei kommt es zur Trennung, dabei werden die Patronen von ihrem Gurt sozusagen getrennt. So, hier sehen wir es. So, dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. So, drüber, zurück, dabei werden dann halt die Patronen abgetrennt. Können wir nochmal machen. Und so funktioniert halt die Trennung der Patronen. Und diese Trommel macht natürlich auch noch ein paar andere Sachen. Das Ding könnte auch mal wieder aufhören zu schießen. So, macht auch noch ein paar andere Sachen und zwar sorgt halt diese Trommel größtenteils für den Transport. Und zwar transportiert diese Trommel hier den Patronengurt halt hier drüber, dann kommt es zur Trennung und unten wird dann halt auch die nächste Patronengurt. Patrone, so, wo haben wir sie? Hier ist die nächste Patrone, in Zuführposition gehalten. Übrigens ist gerade die Performance von dem Programm relativ mies, aber das ist jetzt nicht so ganz so schlimm. Ne, ging um Smash und Briten. Ja, Smash und Briten habe ich gelesen. Die Briten haben ja immer noch diese Smash-Geschosse. Und diese Smash-Geschosse, die müssen stabilisiert werden. Und deswegen haben der indische Panzer und der britische Challenger immer noch gezogene Läufe, also gezogene Kanonenrohre oder so. MBT ist Main Battletank Hauptkampfpanzer. War zu faul fürs ganze Wort. Achso, ups, ich dachte du meintest so eines dieser russischen Dinger, die immer die Abkürzungen haben. Die Daschka wurde auf einer Lafette bei der Infanterie der NVA bis in die 80er Jahre auch als Fla-MG benutzt. Ja, auf manchen Panzern ist das drauf. In Red Rising sind auch die Panzer, die noch eine Daschka drauf haben. Immer relativ geil, weil die sich immer relativ gut gegen Infanterie und sowas verteidigen können. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, die Trommel haben wir. Jetzt kommen wir so ein bisschen zum Verschluss. Der Verschluss ist meine ich Stützkappe. Allerdings müsste ich die Stützkappen dann finden. Ich versuche mal hier so viel Lafette wie möglich loszuwerden. Das ist Lafette, das ist Lafette, das sind einzelne Schrauben von der Lafette. Die besteht aber auch ganz viel Zeug. Hier ist noch so ein Rad. Ah, das Rad hat, ich kann hier jede einzelne Speicher ausblenden. Okay, versuche mal das Ganze zu sehen. So, von oben. Ich meine, das ist ein Stützkappenverschluss. Und zwar sieht das Ganze, wenn ich das richtig weiß, so aus. Wir haben so ein Steuerstück, übrigens ähnlich wie bei der MP5. Hier haben wir das Steuerstück. Das Steuerstück sieht so aus, dass unsere beiden Stützkappen, jetzt fällt es mir nämlich gerade wieder ein, hier diese zwei runden Dinger haben. Und hier haben wir das Steuerstück. Und dieses Steuerstück möchte die ganze Zeit diese Dinger hier nach außen drücken. Das geht aber nicht, weil das Waffengehäuse im Weg ist. Erst wenn der Verschluss ganz vorne ankommt, dann befindet sich im Waffengehäuse zwei Aussparungen für diese Stützkappen. Und dann geht das Steuerstück, was das schon die ganze Zeit versucht hat, her und drückt diese Stützkappen außen in das Waffengehäuse rein. Und beim Schuss stützen sich halt diese Stützkappen oder Stützflügel, nennt man sie, wenn sie relativ lang werden, ins Gehäuse rein und hält dadurch die Waffe dicht. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Ich glaube, das Ganze müssen wir sogar... Ja, oben ist ja die Trommel im Weg, das ist das Problem. Ich hoffe, dass wir das hier sehen, wenn wir hier das Trennstück ausblenden. Das ist beim Maschinengewinn immer so ein großes Problem, weil da unglaublich viel übereinander sitzt. Okay, ich glaube, das war nur der Reset, der hier gerade passiert ist. Ja, hier sehen wir es. Ich mache es aber gleich nochmal in Zeitlupe. Stopp, 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 stopp. So, jetzt gerät der Verschluss nach vorn. Der Verschluss ist übrigens natürlich in der Lage, die nächste Patrona, welche von dieser Trommel in Zuführposition gebracht wurde. Übrigens, wie wir von einigen Sportschützen wissen, alles, was eine Trommel hat, ist ein Revolver. Das heißt, Daschka ist ein Revolver. So, jetzt wird die Patrone in Zuführposition gebracht. Hier übrigens, dieses Ding hier unten ist der Auszieher. Der ist unten deswegen, weil die Daschka ihre Patronen nach unten auswirft. So, jetzt geht das Ganze nach vorne. Jetzt erreichen die Steuerkappen. Hier sieht man es okayisch, würde ich sagen. Ich mache mal bunt. Plastik. Ach, das hat beides den gleichen Pinkton. Das bringt nichts. So, jetzt haben wir hier diese Steuerkappen. Ach, nicht Steuerkappen, sondern wir haben hier die Verregelungskappen, beziehungsweise die Verregelungsflügel. Jetzt haben wir hier das Steuerstück. Und hier sieht man so ein bisschen diese Kurve. Und diese Kurve des Steuerstückes drückt diese Kappen nach außen. Und dabei, und zwar Steuerstück, wie bei der MP5, es ist hier Steuerstück. Ne, nicht ganz wie bei der MP5, sondern hier sind meine ich Steuerstück. Und Zündstift sind hier zusammen. Und zwar das Steuerstück, was nach vorne rast, dadurch, dass es ja jetzt nach vorne kann, weil die Kappen nach außen gedrückt wurden, rast jetzt gegen den Zündstift. Hier ist der Zündstift. Und dadurch kommt es sofort zur Zündung. Das heißt, die Daschka braucht keinen zusätzlichen Hahn, Hammer oder Hund. So, dann zündet das Ganze. Ach, hier sehen wir auch, wie das Ganze aufeinander zurast. Hier ist das Steuerstück und hier ist der Zündstift. Der Zündstift ist hier ein bisschen kleiner. Rast drauf zu und schlägt dann gegen den Zündstift. Der Zündstift drückt das Zündhütchen ein und es kommt zur Zündung. Während dieser Zündung, welche ja jetzt passiert, wird der ganze Verschluss halt durch diese Verschlussflügel oder Verschlusskappen oder Stützkappen gegen das Waffengehäuse abgestützt. Dann wird das Geschoss durch den Lauf getrieben. So, das geht gerade durch den Lauf. Animiertes Gas, sehr nett. Passiert die Gasbohrung im Lauf. Hier ist die Gasnahmebohrung. Diese führt nach hier rein und hier kann man das Ding drehen. Hier hat man ein kleines Loch, hier hat man ein größeres Loch. Das kann man irgendwie entriegeln und dann drehen und damit kann man halt den Gasdruck einstellen. Gartenquerz. Moin, Montagsstream. Meatboy, 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 Meatboy. Yay. Also ich muss mal gucken, ob es hier was Neues gab. Daschka war Beste in Company of Heroes 2. Schön die Halbketten auch damit abwehren. Jaja, das ist ultra praktisch, denn die Daschka oder ich glaube, ich würde einfach sagen die Daschka. Aber es endet dann auf A in dieser Abkürzung und alles, was auf A endet, im Russischen ist weiblich. Oder ein Genitiv. Aftomat Kalaschnikova ist ja auch nicht weiblich, sondern das ist Besitzanzeigen, dass das der Aftomat des Herrn Kalaschnikow ist. Also nicht alles, was im Russischen auf A endet, ist weiblich. Auch Genitiv. Modulation. So, ja, auf Panzer klar, aber ich meine, da waren unironisch zwei oder drei NVA-Soldaten, die im Gebüsch mit der Daschka in den Himmel abgehängt haben. Ach so, Infanterieflugabwehr. Da gibt es auch eine Lafette für Flugabwehr für die Daschka. Das hat teilweise auch relativ gut funktioniert mit der richtigen Munition. So, aber zurück zu dem guten Stück hier. Und zwar fährt jetzt das Gas hier rein, so, durch die entsprechende Bohrung. Hier sehen wir die Bohrung, und zwar sehen wir, hier ist das groß, hier wird das kurz eng und dann wird es wieder groß. Und wir haben hier wieder so ein Gasreservoir, welches sich erst füllen muss. Und dadurch wird halt auch die Feuergeschwindigkeit der Daschka bestimmt, wie schnell kann sich diese Kammer hier füllen. Dann drückt das Gas hier auf diesen Gaskolben und der Gaskolben ist relativ lang und drückt hier irgendwo auf einen Verschlussfortsatz, oder? Ja, das Ganze drückt sofort auf den Verschluss. Hier ist so ein, öpsala, habe ich allerdings ausgeben, hier ist so ein Verschlussfortsatz noch. Und das Ganze drückt dann halt auf den Verschluss und der Verschluss zwingt dann. Genau, der Verschluss zieht jetzt an dem Steuerstück, und zwar das Steuerstück, was erst die Kappen reingedrückt hat, wird jetzt weggezogen und zieht damit die Kappen indirekt auch wieder herein. So, Entriegelung. Das Ganze bewegt sich erst nach hinten. Es ist immer noch verregelt, immer noch verregelt, immer noch verregelt. Es wird sehr lange verregelt gehalten, dieser Verschluss, weil das Ganze natürlich auch diese ungemeine Pulverlänge, die so eine 108 mm lange Patrone überhaupt halten kann, natürlich geschlossen zu halten. Jetzt kommt es wieder zur Verriegelung der Stützkappen. Was man so lala sehen kann, hier ist diese Einlasskurve. Jetzt kommt es wieder zur Entriegelung. Das Ganze gleitet nach hinten. Allerdings gleitet das hier ein bisschen weiter nach hinten, weil das hier eine Rücklauflafette ist, die so ein bisschen Rückstoß wegnimmt. Gleitet nach hinten, beim nach hinten gleiten. So, wo haben wir es? Hier haben wir wieder unseren Löffel, beziehungsweise unsere Kralle, habe ich sie ja genannt. So, warten wir mal. Wo ist die Kralle? Ich glaube, die habe ich ein bisschen sehr früh ausgeblendet. Wo ist die Kralle? Achso, jetzt habe ich versucht, hier die ganze Lafette auszumachen. Ah, genau, hier ist die Kralle. Beim Rücklauf geht wieder dieses Ding hier her, beziehungsweise genau geht dieses Ding her, kommt in die Kralle und bringt die Kralle oben dazu, beziehungsweise diesen Krallenfortsatz hier oben dazu, wieder an der Trommel zu drehen, wo drauf dann wieder eine Patrone, also ein paar Patronen werden zugeführt. Eine Patrone wird vom Gurt getrennt und eine andere Patrone wird zugeführt. Allerdings wird die Patrone, welche wir hier haben, Upsala, Entschuldigung, Rülpser, ach, kann ich ja gar nicht, ist ja Livestream, kann ich ja keine Rülpser ausschneiden. Hier, die Patrone wurde währenddessen vom Auszieher gepackt und wird hier oben vom Ausstoß. Und zwar haben wir diesmal keinen typisch russischen Ausstoßer, der irgendwie im Gehäuse ist oder den es gar nicht gibt oder der kombiniert ist, sondern wir haben hier wirklich einen hochoffiziellen Ausstoßer als eigenes Element, sogar mit einer eigenen Feder. Und der wird irgendwann hergehen und sobald halt die Hülse das kann, wird die Hülse halt von dem Ausstoßer, welcher unter Federspannung steht, nach unten gedrückt und fällt dann durch die Schwerkraft einfach nach unten raus. Gerät noch über so ein Abprallblech, welches hier teilweise, also welches hier wahrscheinlich Teil der Lafette ist, denn verschiedene Anwendungen von solchen MGs, die brauchen natürlich auch verschiedene Hülsenauswürfe. Und zwar ist das teilweise, ich meine, wenn man eine Daschka oben auf dem Panzer hat, ist da auch so eine Art Schacht dran, sodass die Patronen nicht in den Panzer fallen, sondern einfach über den Turm rollen und dann irgendwo auf den Boden fallen. Ich meine, es wäre ja doof, wenn sich durch einen MG ein Panzer die ganze Zeit mit Patronenhülsen füllen würde. So, ähm, die erste Version des T-55 kann man daran erkennen, dass er kein Flugabwehr-MG hat, weil man der Meinung war, gegen Jets mit Strahltriebwerk kann man eh nichts ausrichten. Und dann kam ein Hubschrauber und dann gab es wieder Flugabwehr-MGs, wenn ich das richtig verstanden habe irgendwann. Kannst du mal die 56 erklären oder ist das nichts Besonderes? Was ist die 56? Ähm, hast du einen festen Ablauf oder kannst du vielleicht später, ja, ich nehme Wünsche entgegen. Ähm, Barrette, ne? M82, Typ 56 gibt es nicht. Bällebart in 107er-Hülsen. Sind 107er-Hülsen was anderes als 108er-Hülsen oder ist das ein Fehler? So, jetzt kommt das Ding weg. So, jetzt können wir das Ganze nochmal so ein bisschen angucken. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. So, Gasdruck, sieht ihr ja vorne. Jetzt wird hier immer diese Kralle bewegt. Und leider seht ihr jetzt natürlich die Stützkappen nicht, beziehungsweise die seht ihr nicht beim Verriegeln. So, ich muss mal gucken. Ah, ich kann das sogar in den AA-Mode bringen. So, machen wir mal ein bisschen hier so ein bisschen schneller. So, Safety. Ja, man hat hier so ein Leiter-Visier. Ich glaube, das geht bis unglaublich weit. Ich glaube, es ging bis 5 Kilometer oder so. So, Ford Rearside. Das kann man nur anklappen. Brauchen wir jetzt nicht. AA-Mode. Genau, man kann diese Lafette hier in den Flugabwehrmodus verfrachten. Und zwar kann man, genau, Räder weg. Und dann ist das ein Dreibein. Das wird sich wahrscheinlich gleich nach unten wegklappen. Genau, das ist der Flug. Genau, da kommt jetzt noch so ein Geschirr hin. Genau, das tut man sich über die Schultern. Dann packt man das. Und man kann auch das Schild wegmachen, weil das Schild, das bracht da irgendwann auch nichts mehr. Reload. Kann ich hier irgendwie die per Hand nachladen? Also durchladen? Scheinbar nicht. FN-57. So. Ja, okay, vertippt ja. Kein Problem. Kannst du mit JPSK was an? Ach, richtet sich auch gar nicht an mich. Typ 56 steht hier drauf. Aber Typ 56 ist ja einfach nur eine AK-740. Also funktioniert jetzt auch nicht groß anders als eine AK-740. Die hat ein großes Video. Das SKS hat ein eigenes Video, wie ich meine. Dann wäre M82 dran. So. 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 So.